Was ist der Tat in Australien? Weißt du, was der Tat in Australien gefunden hat? Weil er hat es gekannt. Und es ist weit von Europa. Und es gibt Möglichkeiten dort von Beuern ein nahes Leben. Und von Beuern eine Welt, wie er hat gewollt. Es ist eine ganz starke jüdische Gehörer. Er hat gekannt, kriegt eine Wiese. Und er hat immer reingelassen. Und es ist gewesen dort eine bündische Zwiebel. Menschen, die er hat gekannt. Und es ist gewesen, es ist ein gutes Leben in Australien gewesen. Und es ist noch. Und ich meine, es ist gewesen für ihn die Möglichkeit. Und ich weiß, dass später, ich weiß, dass in 1968, fünf Jahre sind wir gefahren auf der Weltreise. Und er hat mir später gesagt, dass er seine letzte Möglichkeit zu sehen will, dass er sich übergläubt in ein anderes Land. Und wir sind gefahren, dass er die Vereinigten Staaten kennt, Kanada, Europa und Israel. Und er ist herumgegangen und gesehen, sie kennen er. Der ziehen seinen Sohn, der Joachit, auf dem Öfen, was er hat gewollt. Auf einem jüdischen Öfen, auf einem weltlichen jüdischen Öfen, auf einem jüdischsprachigen Öfen. Und wo sind die besten Möglichkeiten, das zu tun? Soll er bleiben in Australien und dort arbeiten? Oder ist schon da etwas anders? Was hat ihm gekannt, zu ziehen? Es sei von einem jüdischen Öfen. Nur noch, ich müsste mir von einem Arbeitssteiger, das wollte ich gewöhnen, möglicherweise auszuhalten an der Sprache. Aber er hat beschlossen zu bleiben in Australien und bin ich dazu, weil er dort neu gewachsen ist. Um, ich würde mich gerne erreichen, soll ich hier sein, Vielen Dank.